Jo, hallo, ich bin der Peter aus Wien, aus Österreich und Teil der Internetgesellschaft bin ich auch noch für sich nicht wirklich, außer in Recherchezwecken. Das heißt, ich bin eigentlich ein fauler Internet-Inkluser in dem Sinn offen gestanden. Ich bin aber froh, dass es es gibt, könnte man die Welt ohne Internet auch nicht vorstellen. Viel mehr kann ich dazu jetzt leider nicht mehr sagen. Danke!